Konnichiwa Minasan! Im heutigen Video möchte ich mit euch mal über Adoption in Japan sprechen. Auch das ist ein Thema, was immer mal wieder gefragt wird, wie ist das eigentlich mit der Adoption in Japan? Und da gibt es, grob gesagt, erstmal zwei verschiedene Systeme. Zum einen die normale Adoption, so nennen die Japaner das, und zum anderen die spezielle Adoption. Wir wollen uns die beiden jetzt mal im Vergleich angucken und was die verschiedenen Bedingungen sind, damit ihr so ein Bild davon bekommt, wie das hier läuft. Der größte Unterschied zwischen diesen beiden Arten der Adoption ist erstmal, dass man bei der normalen Adoption, dass das Kind, was adoptiert wird, den Kontakt zu seinen wirklichen Eltern noch aufrechterhält. Das heißt, es besteht Kontakt zu den wirklichen Eltern, und aus irgendwelchen Gründen sagen die, ich weiß nicht, ich gebe mein Kind zur Adoption frei, und die neuen Eltern, die Pflegeeltern, die adoptieren dieses Kind dann, aber es ist nicht so, dass gar kein Kontakt mehr zu den wirklichen Eltern besteht, sondern der ist noch vorhanden. Bei der speziellen Adoption ist es so, dass der Kontakt zu den wirklichen Eltern wirklich komplett abgebrochen wird. Da wird ein kompletter Schlussstrich gezogen, und das Kind ist dann wirklich auch vor dem Gesetz, das Kind von den Pflegeeltern. Es wird also komplett gesetzlich zu dem Kind der Pflegeeltern, und der Kontakt zu den wirklichen Eltern wird komplett abgebrochen, und da besteht also kein Informationsaustausch mehr. Was bei beiden Arten der Adoption vorhanden ist, ist, dass das Kind, was adoptiert wird, erben kann. Und zwar, wenn es bei der normalen Adoption, hat es ja sozusagen zwei Eltern, und es hat einmal die wirklichen Eltern und einmal die Adoptiveltern, also die Pflegeeltern, und es kann von beiden erben. Es kann einmal von den wirklichen und einmal von den nicht wirklichen erben. Bei der speziellen Adoption ist es jetzt so, dass das Kind dann nur von den Pflegeeltern erben kann, weil es theoretisch nicht mehr das Kind von den wirklichen Eltern ist. Dann wird es noch interessant bei der Erbschaftssteuer, denn in Japan ist es so, wenn man irgendwas erbt, Japan hat eine sehr hohe Erbschaftssteuer, ich glaube, einer der höchsten der Welt, aber wenn man erbt, ist es eben so, dass die Anzahl der Kinder, die man hat, die Erbschaftssteuer ein wenig senkt. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, ja okay, ich adoptiere mir einfach über die normale Adoption ganz viele Kinder und senke damit die Erbschaftssteuer, die gezahlt werden muss. Das kann man aber leider so nicht machen, denn wenn man jetzt über die normale Adoption jemand ein Kind adoptiert und man hat selber aber schon ein Kind gezeugt vorher, dann kann man maximal ein adoptiertes Kind hinzuzählen, also unter diese Erbschaftssteuervergünstigung oder Befreiung, wie die Japaner das dann nennen, kann man ein Kind hinzuzählen, hat man selbst keine eigenen Kinder und hat zum Beispiel zwei Kinder adoptiert, dann können maximal zwei Kinder da hinzugezählt werden und man kann für zwei Kinder dann also Erleichterungen bei der Erbschaftssteuer bekommen, also die Kinder können das dann bekommen. Das ist bei der speziellen Adoption nicht der Fall. Bei der speziellen Adoption ist das Kind, was man adoptiert, wirklich das eigene richtige Kind vor dem Gesetz. Deswegen kann man da theoretisch, ja, so viele Kinder komplett richtig adoptieren, wie man will, theoretisch und die können dann auch für die Erbschaftssteuer hinzugezählt werden. Aber wer macht das schon? Das ist ein bisschen komplizierter nämlich. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Bei der normalen Adoption ist es so, dass die Einwilligung der richtigen Eltern vorliegen muss und natürlich die Einwilligung der Adoptiveltern. Und das aber nur, wenn das Kind unter 15 Jahre alt ist. Also wenn das Kind jünger als 15 Jahre alt ist, müssen die richtigen Eltern zustimmen. Ist das Kind älter als 15 Jahre, dann kann das Kind auch ohne die Zustimmung der richtigen Eltern sagen, ja, ich möchte von diesen Personen adoptiert werden. Das funktioniert dann also. Bei der speziellen Adoption ist es so, dass das Kind maximal sechs Jahre alt sein darf bei der Adoption. Da wird jetzt aber darüber gesprochen, ob man das nicht vielleicht ändern soll, weil zum Beispiel Mittelschüler, die schon über sechs Jahre alt sind oder Kinder generell, die über sechs Jahre alt sind und die dann irgendwie ins Heim kommen oder so, weil irgendwas mit den Eltern passiert ist, die können dann, fallen nicht mehr unter diese spezielle Adoption, sondern können nur unter die normale fallen. Deswegen redet man gerade darüber, das ein bisschen zu ändern. Aber jetzt ist es noch so, dass man muss jünger als sechs sein, muss das Kind sein, damit man es über die spezielle Adoption adoptieren kann. Man muss volljährig sein natürlich, um ein Kind adoptieren zu können, bei der normalen Adoption auf jeden Fall. Und bei der speziellen Adoption ist es sogar noch ein bisschen härter. Da muss man volljährig sein. Und man muss verheiratet sein, das ist bei der normalen Adoption auch nicht der Fall. Also theoretisch könnte man auch als Einzelperson irgendjemanden adoptieren. Bei der speziellen Adoption ist es so, man muss verheiratet sein, man muss einen Ehepartner haben. Beide müssen volljährig sein und einer der Ehepartner muss über 25 Jahre alt auch noch sein. Ansonsten kann man über die spezielle Adoption niemanden adoptieren. Bei der speziellen Adoption ist es im Übrigen auch noch so, dass man vorher mit dem Kind, was man adoptiert hat, ein halbes Jahr leben muss zusammen und gucken muss, klappt das, ist das so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und erst dann kann man beantragen, das Kind zu adoptieren. Bei der normalen Adoption gibt es übrigens keine Altersbegrenzung für das Kind. Also da kann man ein Kind jeden Alters adoptieren. Nicht so wie bei der speziellen, wo es eben nur ein Kind unter sechs Jahre geht. Wie adoptiert man jetzt so ein Kind? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Entweder man sucht sich selbst irgendeine Familie, von der man ein Kind adoptieren will. Oder es gibt auch so Vermittlungsfirmen, die dann eben Kinder vermitteln. Im Falle der normalen Adoption macht man es so, dass die Eltern, die wirklichen Eltern des Kindes und die Pflegeeltern, dann die zukünftigen Eltern, dass die eben zusammen einen Antrag stellen sozusagen. Sich also da einig sind, dass das so passieren soll. Und dann im Grunde, wenn man den Antrag gestellt hat, der bewilligt worden ist, dann hat man das Kind adoptiert. Bei der speziellen Adoption ist das nochmal ein bisschen anders und nochmal ein bisschen strenger. Denn da muss man zum Familiengericht gehen. Und dann in dem Prozess muss das Familiengericht dann entscheiden, ja, es ist wirklich notwendig, aufgrund der schlimmen Situation der Familie oder so, dass das Kind bei einer anderen Familie besser aufgehoben wäre und dass das Kind also sozusagen sein Recht als Kind von den wirklichen Eltern verliert und dann zu einem wirklich neuen Kind der Pflegeeltern wird. Und es ist dann auch im Übrigen im Familienregister, steht dann für das Kind, was adoptiert worden ist, stehen die Pflegeeltern als richtige Eltern drin. Und es steht nirgendwo, dass es adoptiert worden ist oder so. Und die richtigen Eltern stehen auch gar nicht mehr im Familienregister drin. Also es ist sozusagen dann ein kompletter Cut von den richtigen Eltern weg. Und das Kind geht auch vor dem Familienregister, im Familienregister, in die Hand der neuen Pflegeeltern dann über. Und deswegen muss das eben über ein Familiengericht gemacht werden, damit auch genau bestimmt kann, ist das alles rechtens, muss das Kind wirklich eine neue Familie haben und und und. Kann man so eine Adoption eigentlich aufheben? Ja, und das geht. Wenn beide Parteien sagen, die richtigen Eltern, wir wollen das wieder haben, die anderen sagen, nee, wir brauchen das gar nicht mehr, dann kann man auch über den Antrag die Adoption wieder aufheben. Bei der speziellen Adoption ist es dann wieder ein bisschen schwieriger. Da muss das Familiengericht, kann unter bestimmten Umständen, diese Adoption wieder aufheben. Aber das geht wieder nur übers Gericht. Dann habe ich jetzt noch eine ganz schöne Statistik für euch. Hier sehen wir nämlich, über die Jahre verteilt, also ganz rechts haben wir jetzt HESI 28, das steht für 2006. Und da sehen wir eben, dass in den letzten Jahren sich, das ist jetzt für die spezielle Adoption, das muss man dazu sagen, für die normale Adoption habe ich leider keine wirklich guten Daten gefunden. Es gab immer nur so Fragmentstücke, aber keine schöne Tabelle. Aber so wie ich das gesehen habe, sind die Zahlen von der normalen Adoption noch mal ein bisschen höher als das hier. Aber hier sehen wir, das ist gerade in den letzten vier Jahren dann, also ab so 2012, dass es da einen ganz großen Anstieg gab, von den Fällen, in denen Leute eben über die spezielle Adoption ein Kind adoptiert haben. Also das sind so um die 500, sage ich mal, pro Jahr, Kinder pro Jahr werden da über die spezielle Adoption adoptiert. Und man kann sagen, normale Adoptionen sind noch mal ungefähr so viel, vielleicht noch mal ein bisschen mehr, so 700 pro Jahr ungefähr. Das sind also so die Zahlenwerte von Kindern, die adoptiert werden in Japan. Das war es im Grunde auch schon wieder von diesem Video zur Adoption. Ich hoffe, ich konnte euch da ein paar interessante Informationen geben. Das ist so der grobe Überriss, Abriss, wie das funktioniert mit der Adoption in Japan. Natürlich gibt es da noch dann kleine Details, wenn man den Antrag stellt und, und, und. Aber das ist so das grobe System. Und ich denke, das ist auch mal ganz interessant zu wissen. Wenn sich irgendwer dann dafür noch näher interessiert, dann muss man eben noch ein bisschen weiter recherchieren. Es ist im Übrigen, glaube ich, nicht möglich, über eine Adoption die japanische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Ich kenne nämlich jemanden aus Deutschland, der das, der hier in Japan lebt, mit einer Japanerin ist er verheiratet. Und er hat einen Freund, also, was heißt ein Freund, einen sehr, sehr jungen Freund, einen Sohn von einer Familie. Und den wollte er gerne nach Japan bringen, weil der Sohn hier unbedingt leben wollte. Und die haben alles versucht. Und er hat mir nämlich mal erzählt, dass die auch Adoption in Erwägung gezogen haben, um ihm dann, um diesem Jungen ein Visum zu beschaffen. Und das hat aber nicht funktioniert, hat er gesagt. Deswegen glaube ich nicht, dass man sich über Adoption irgendwie dann hier die Staatsbürgerschaft einkaufen kann. Das funktioniert also meines Wissens nach zumindest nicht so einfach. Das soll es aber auch gewesen sein von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was Neues über Japan lernen. Schaut gerne unten in die Videobeschreibung. Da gibt es noch einen Link, über den ihr meine Arbeit, meine Videos hier durch eine direkte Spende unterstützen könnt. Es gibt meine Website, auf der ihr noch mehr über mich und Japan erfahrt. www.kevincapito.com Es gibt außerdem ganz viele Online-Kurse, falls ihr Japanisch lernen wollt. Hiragana, Katakana, Links dazu auch unten in der Videobeschreibung. Und meinen Amazon-Affiliate-Link, wenn ihr über diesen Link, was auf Amazon einkauft, bezahlt ihr keinen Cent mehr. Aber ich bekomme noch eine kleine Provision. Und so könnt ihr meinen Kanal natürlich auch unterstützen. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffe, ich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!